Meine Damen und Herren, ich bin heute wirklich sehr, sehr gerne hierher gekommen, weil es aus meiner Sicht wirklich etwas zum Feiern geben ist. Wenn wir ein so tolles Buch, wie wir es Ihnen heute Abend vorstellen können, gemeinsam produziert haben, dann ist es für uns wirklich ein ganz glücklicher Augenblick. Sie kennen den Deutschen Fachverlag, ja unter anderem, so hoffe ich zumindest, von der Allgemeinen Fleischer Zeitung. Wir machen daneben noch Kongresse, aber in erster Linie und mit ganzem Herzen leben wir auch für unsere Fachbücher. Bei unseren Fachbüchern geht es uns darum, dass wir natürlich Wissen vermitteln möchten, wir möchten aber auch für Themen, für neue Themen die Leser inspirieren und wir wollen sie auch begeistern. Und das gelingt dann, wenn drei Dinge aus unserer Sicht zusammenkommen. Wir brauchen zum einen ein tolles Thema, was die Leute interessiert. Ganz wichtig, wir brauchen einen Autor, der auch schreiben kann. Und das dritte ist, wichtiger denn je, Fachbücher in der heutigen Zeit müssen auch schön bebildert sein. Und idealerweise hat man hier Bilder von Menschen, die das auch leben. Und bei diesem Fachbuch, worum es heute geht, ist das alles wirklich in einer ganz, ganz glücklichen Wischung zusammengekommen. Also zum einen ein Thema, von dem wir glauben, dass es wichtiger denn je ist, dass wir alle gemeinsam noch erfolgreicher an der Theke sind. Wir haben zum Herrn Gämpel einen mega starken Autor gefunden, der wirklich das Thema Begeisterung personifiziert und ganz toll auch nach vorne trägt. Das werden Sie gleich noch erleben, wenn er jetzt hier auf der Bühne ist. Und insbesondere haben wir aber hier gerade in der Markthalle ganz, ganz tolle Mitarbeiter gefunden, die sich zur Verfügung gestellt haben für Fotos, die wir hier gemacht haben. Und hier unter Ihnen sind jetzt also echte Models. Das kann man gar nicht laut genug sagen, wenn Sie nachher das Buch mal anschauen, werden Sie es auch sehen. Also an Sie allen vielen, vielen Dank, dass Sie hier in dieser Form mitgearbeitet haben. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und ich kann Ihnen nur empfehlen, schauen Sie mal in das Buch rein. Es ist wirklich wert, dass man sich das anschaut. Vielen Dank.